Immer wieder Mittwoch, Klartext. Heute will ich einmal darüber sprechen, dass es unter Umständen durchaus Sinn machen kann, Kunden und Mitarbeiter auszuschließen aus Google Ads Kampagnen. Denn was häufig passiert heute ist, dass Kunden und Mitarbeiter, weil sie zu bequem sind, oben in die URL eure Domain einzugeben, einfach in Google ein Stichwort eingeben, dann erscheint eure Anzeige und dann klicken die drauf und schon seid ihr ein Euro oder zwei oder drei Ärmer. Und wenn das regelmäßig passiert, dann kann das richtig teuer werden. Und darüber spreche ich jetzt gleich in meinem Klartext-Video in wenigen Sekunden. So, los geht's. Vom Grundsatz her muss das ja nicht schlecht sein, wenn Kunden erneut über eine Anzeige von euch auf die Webseite kommen. Das gleiche gilt für Mitarbeiter. Es gibt aber eben auch Fälle, da macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also bei einem Online-Shop würde es wahrscheinlich immer noch Sinn machen in bestimmten Bereichen, aber in Dienstleistungssegmenten, wo beispielsweise Kunden über Abos eh an euch gebunden sind und über andere Kanäle viel günstiger erreicht werden können, kann es durchaus Sinn machen, bestimmte Segmente aus dem Google-Ads-Anzeigen-Business auszuschalten. Ja, weil jeder Klick kostet euch Geld und den Kunden habt ihr sowieso über Abos oder über eure E-Mailings. Und ich zeige euch jetzt, wie man ausschließen kann, dass ganz bestimmte Segmente nicht mehr die Google-Ads-Anzeigen angezeigt bekommen und somit euch auch kein Geld kosten. Alles, was man dazu tun muss, ist in Google Analytics ein entsprechendes Segment anzulegen. Ein Segment beispielsweise, das nur Traffic beinhaltet, der einmal in einem bestimmten Bereich der Webseite war, beispielsweise im Kundenbereich oder in einem Bereich, der Mitarbeitern vorbehalten ist. Und diese Leute segmentiert man über Google-Ads und setzt die auf eine Liste. Und diese Liste teilt man mit Google-Ads und in Google-Ads, in Audience, definiert man diese Liste als Ausschluss. Und ab dem Zeitpunkt, wo diese Liste, hier mal am Beispiel Kunden und Mitarbeiter, die will ich in diesem Fall jetzt hier ausschließen, wo diese Liste in Exclusions, also in Ausschlüssen enthalten ist, werden die Anzeigen für diese Personen bzw. für Personen, die sich am Rechner befinden, auf dem das jeweilige Cookie ist, nicht mehr angezeigt und kosten euch kein Geld mehr. Und das kann eine sehr sinnvolle Maßnahme je nach Business-Modell sein. Zu beachten dabei ist, dass die Liste eine bestimmte Größe haben muss. Hier bei Google Search ist das 1000, bei Display, glaube ich, um die 300. Nichtsdestotrotz, so wird es gemacht. Und im Klartext, ich würde bei bestimmten Modellen, Business-Modellen, dafür sorgen, dass meine Kunden und meine Mitarbeiter nicht mein Google-Ads-Budget auffressen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mittwoch. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Dankeschön.